Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von CUT. Heute ist Sonntag, der 26. August 2018. Neben mir sitzt du immer die bezaubernde Donja. Hallo. Und ich bin der Marco. Hallo. Ja, wir haben uns heute hier versammelt, um wieder mal über einen Film zu sprechen. Und zu podcasten. Und zu podcasten. Und die, die jetzt nicht sofort den Sendungstitel gelesen haben und uns aufmerksam zuhören, die wissen auch schon, über was wir heute sprechen werden. Ja, und zwar über Black Clansman. Ganz genau. Der neue Film von Spike Lee. Wer mich nicht alles täuscht. Du täuscht dich nicht. Ja, zu Spike Lee selber, glaube ich, können wir beide jetzt gar nicht so wahnsinnig viel erzählen, weil wir beides nicht so die ausgewiesenen Spike Lee-Fans sind. Ja, aber wir haben, also ich zumindest, habe einige Filme von ihm gesehen. Also jetzt nicht alle seiner bekannten Werke, aber ein paar schon. Dann wirst du uns sicher gleich welche erzählen. Ja, dann erzähl uns doch einfach mal ein paar Fakten zum Film, bitte. Okay, ich lege gleich los. Und zwar, Black Clansman hat die FSK 12 und eine Laufzeit von 2 Stunden und 15 Minuten. Er hat bei IMDb eine Bewertung von 7,9 und einen Metascore von 83. Und er hat ja auch, haha, einen Preis gewonnen. Und zwar in Cannes. Das ist der beste Film. Den großen Preis der Jury, ja. Ja, genau. Da hat er für Black Clansman. Genau, wie schon erwähnt, ist Spike Lee der Regisseur. Und ja, Spike Lee ist halt schon, man kann ja von seinen Filmen halten, was man möchte, aber er ist halt einfach eine Regie-Legende. Er ist schon sehr lange dabei. Und unter anderem ist er halt bekannt für He Got Game Malcolm X. Und sein bekanntester Film ist Do The Right Thing. Und genau, gesehen habe ich Inside Man Malcolm X. Und den habe ich nämlich fast schon wieder vergessen. Und zwar dieser 25 Hour, wo... Mit Edward Norton. Ja, genau, wo es darum geht, dass er irgendwie seine letzten 25 Stunden da verbringt. In Freiheit, bevor er dann in den Knast geht. Ist der auch von Spike Lee. Ist auch von Spike Lee. Habe ich auch völlig verdrängt. Ist ja jetzt auch nicht so der wahnsinns aufregende Film, dass man das irgendwie... Ja, aber wie ist das? Der hat ja jetzt, der macht ja viel, aber er macht nicht viel Mainstream-Kino, ne? Oder habe ich das falsch gesehen? Ja, ne, macht er eigentlich nicht, ne. Also ich macht auch, ja, ich glaube auf Videos und im Fernsehen macht er auch immer wieder. Und ja, er ist sehr umtriebig, aber es ist nicht so, dass er jedes Jahr einen Kinofilm rausbringt. Also ein Ruf, der kann sich jetzt ja nicht nur auf eine Handvoll Kinofilme spitzen, oder? Das ist nicht. Aber ich, wie gesagt, also ich bin jetzt auch nicht so der... Beide, beide. Oder wir beide sind nicht so die Spike Lee-Experten, deswegen verzeiht uns jetzt hier die etwas lasche Berichterstattung. Ja. Ja gut, dann weiter im Text. Weiter im Text. Drehbuch hat geschrieben der Charlie Wartel, der David Rabinovitz, Kevin Wilmot und auch Spike Lee. Kamera ist der Herr Jace Irvin, der, ja, kannte ich jetzt auch nicht, Hannah Square, Squarespace und er hat mit Beyonce verschiedene Videos wohl gedreht. Also aus der Ecke kommt er. Ja, der Soundtrack ist der Terrence Blankyard. Genau. Das ist jetzt so der Haus- und Hofkomponist von Spike Lee, weil der hat 25Eye-Ausau gemacht, der Inside Man, Malcolm X und so weiter und so fort. Genau. Ja. So, das ist jetzt mal so die Besetzung, also die Crew und jetzt kommen wir zur Besetzung. Ähm, der, John David Washington spielt die Hauptfigur und zwar ist es der Ron Stalworth. Mhm. Also ich meine, ich habe noch nie einen Namen so oft genau im Film gehört, deswegen, ich glaube, ich werde diesen Namen nie vergessen. Das hat sich eingebrannt ins Hirn. Und, ähm, ich habe das in irgendeiner Kritik, habe ich gelesen, dass das der Sohn von Denzel Washington ist und ich habe das jetzt nochmal nachgeschlagen und er ist tatsächlich der Sohn von Denzel Washington. Und, ähm, er ist auch ein, ein Ex-Footballspieler. Okay. Ja. Was unter anderem erklärt, warum er in der Serie Ballers mitspielt. Ah. Mit, äh, Dwayne The Rock Johnson. Mhm. Und, ähm, Masters and Man und in Malcolm X hat er wohl, das war seine erste Rolle, so einen ganz kleinen, also, nicht kleinen, aber ist ja nicht klein, aber einen Studenten halt gespielt. Also, irgendwo flitzt er halt da rum in dem Raum. Ja, aber an seinen alten Herren, da kann er jetzt nicht, nicht ran schmecken. Äh, nein. Ähm, dazu spielt er mehr. Dazu spielt er mehr, ja. So, die zweite Hauptrolle, oder der heimliche, ja, wie wir es nennen, Superstar des Films ist, äh. Die eigentliche Hauptrolle. Ja. Ist der Adam Driver. Der spielt die Figur Flip Zimmerman. Und ja, der Adam Driver, der spätestens nach Star Wars, ähm, ist ja, glaube ich, Kylo Ren, äh, ist halt, glaube ich, jedem bekannt, ähm, er spielt noch unter anderem mit bei Patterson, Logan Lucky. Patterson, den wir beide sehr mögen, gell? Den mochten wir, ja. Logan Lucky, mhm, war langweilig. Hat uns nicht so gefallen. Und den Silence haben wir nicht gesehen. Nee. Wo er da den Priester da spielt. Das Thema, das uns abschreckt, glaube ich. Ja, also, ich würde, ich gucke ihn bestimmt irgendwann mal an. Also, Martin Scorsese und, äh, also, ich habe jetzt noch nicht die Muße dazu gefunden. Weil ich gucke ja auch manchmal Filme ohne dich. Was? Ja. Du wachst es. I'm so sorry. Ja, und dann die nächste Hauptrolle ist die Laura Harrier. Und ich schon während des Films die ganze Zeit dachte, boah, woher kenne ich die, woher kenne ich die. Und die hat ja eine Riesen-Afro, also, dass sie durch die Tür kommt, ist ja auch immer so. Also, die haben ja alle Riesen-Afros, das ist schon sehr, sehr cool. In der Zeit anscheinend war das ja auch vogue. Ja, und, ähm, die spielt die Figur Patrice Dumas. Und ja, die gute Frau hat mitgespielt bei Spider-Man Homecoming. Und zwar war das der Love Interest von Spider-Man. Von Peter Parker. Von Peter Parker. Und dann hat sie auch mitgespielt bei Fourth Man Out. Hm, kenne ich nicht. Genau, da geht's wieder los. Das ist halt eigentlich immer so ein bisschen frustrierend, wenn man, also ich meine, man muss ja nicht alles kennen, aber wenn man dann bei so einem Film recherchiert, wie jetzt bei dem hier, und so viele Namen einem irgendwie nichts sagen, ah, ich weiß nicht, das nervt mich immer so ein bisschen. Ja, da denkt man sich, da kommen sich dann immer so dumm vor, gell? Nein, dumm nicht, aber ich denke, ich weiß nicht, das ist dann manchmal, vielleicht ist das jetzt wirklich so eine Ecke von Filmuniversum, die uns einfach nicht erschlossen hat. Also die, ja, naja. Ja, und dann kommen wir noch zum vierten Entbunde, weil ich habe jetzt wirklich nur zu vier Personen was aufgeschrieben. Das ist der Topher Grace und der spielt wohl den bekanntesten Rassisten in Amerika und zwar ist es der David Duke. Und man muss ja auch dazu sagen, der Film beruht auf wahren Begebenheiten und diesen David Duke, den gibt's nach wie vor immer noch. Der beruht sogar auf einem Buch von Ron Starworth. Genau. Ja, und der Topher Grace hat auch mal den Venom gespielt in Spider-Man 3. Ja, den kannte ich sogar noch am besten, also neben Adam Driver war das, glaube ich, der, den ich sofort erkannt habe. Ja, ja, ja. Der einzige. Ja, ja. Und wie gesagt, bei der Patrice, da habe ich, bis du mir das eben gesagt hast, lange gerätselt, wer das sein könnte. Ja, ich wäre auch nicht drauf gekommen, hätte ich jetzt nicht nachgewiesen. Das kam mir so bekannt vor, aber das Gesicht war so umrahmt von diesem gigantischen Afro, das ich so nicht wiedererkannt habe. Und die Brille halt auch, sie trägt ja auch so eine goldene Brille. Aber ja. Ja, Topher Grace aus Spider-Man 3 in Interstellar da mitgespielt, reine Chefsache und Traffic. Genau, das sind jetzt mal so die vier Hauptprotagonisten. Und natürlich gibt es dann auch noch, weil der Film spielt ja im Clanswesen, da gibt es dann so ein paar Nazis. Nein, das ist ja Nazis, kann man schon sagen. Ja, ja. Genau. Und dann gibt es von der Polizei auch noch so viele Figuren und ja, kannte man jetzt alle nicht. Nur das Lustige, der Einzige, dieser debile Glanzmann, der heißt im Film Ivanhoe, die Figur, den haben wir tatsächlich einen Tag vorher in I, Tonja gesehen. Richtig. Und da spielt er auch schon so einen grenzdebilen Typen. Ja, ja. Also irgendwie. Aber das spielt er richtig gut. Ja, die kann er. Ja, stimmt. Das war dann so, aha, das ist doch der und weil wir wirklich zufälligerweise einen Tag vorher I, Tonja gesehen haben, den wir euch an dieser Stelle übrigens auch ans Herz legen möchten, auch wenn wir den jetzt nicht besprechen. Nein, aber der ist super. I, Tonja ist super. Ja. Wirklich. Auch wenn man jetzt mit Schlittschuhlaufen per se nichts anfangen kann, so wie ich, war der doch sehr unterhaltsam. Wahnsinn, ja. Wirklich super Film. Aber zurück. Ja, dann wäre ich dann hier aus der Faktenecke, wäre ich jetzt fertig. Ja, dann zurück zu Black Clansman und zurück. Zurück ins Studio. Zurück ins Studio. Zurück zum Pressetext, zum Inhalt. Der ist diesmal ein bisschen umfangreicher geraten. Ich lese mal vor. Die Story klingt zu verrückt, um wahr zu sein, doch der Shit ist echt passiert. Die frühen 1970er Jahre, eine Zeit großer gesellschaftlicher Umbrüche. Der junge Polizist Ron Stalworth tritt als erster Afroamerikaner seinen Posten als Kriminalbeamter im Colorado Springs Police Department an. Entschlossen, sich einen Namen zu machen, startet der unerschrockene Cop eine aberwitzige und gefährliche Mission, den Ku Klux Klan zu infiltrieren und bloßzustellen. Stalworth gibt vor, ein eingefleischter Extremist zu sein und nimmt telefonisch Kontakt zur lokalen Gruppe der Rassistenvereinigung auf. Es gelingt ihm tatsächlich schnell in den inneren Kreis vorzudringen. Er imitiert die Sprache der hasserfüllten Rassisten so überzeugend, dass er sogar das Vertrauen des Klanführers David Duke gewinnt. Als die Undercover-Mission zunehmend komplexer wird, übernimmt Stalworths Kollege Flip Zimmerman Rons Rolle in den persönlichen Treffen. Dort erlangt er Insiderwissen über einen tödlichen Plan und gemeinsam machen sich Stalworth und Zimmerman daran, die Organisation zu Fall zu bringen. Black Clansman erzählt eine Geschichte, die so absurd ist, dass man es kaum glauben kann, dass sie sich in den 70er Jahren tatsächlich so zugetragen hat. Die Themen haben in unserer heutigen turbulenten Zeit nichts von ihrer Relevanz eingebüßt und nur ein Visionär wie der Preis gekrönte Autor und Regisseur Spike Lee konnte sie so treffend, modern und unterhaltsam auf die Leinwand bringen. Für seine herausragende Leistung wurde er beim diesjährigen Filmfestival in Cannes mit dem Jurypreis ausgezeichnet. Produziert wurde der Film vom Team des modernen Meisterwerks Get Out. Das in diesem Jahr mit einem Oscar für das beste Originaldrehbuch ausgezeichnet wurde. Das klingt wie eine sichere Nummer. Ja, vielen Dank für die ausführliche Inhaltsangabe, dann können wir uns das nämlich schon mal sparen. Ja, das ist wirklich. Die war wirklich sehr ausgiebig, wobei ich sagen muss, die Stelle, an der dieser Flip Zimmerman, also gespielt von Aaron Driver, ins Spiel kommt, die ist viel früher als der Text hier so suggeriert. Ja, habe ich auch gerade gedacht, das ist doch, irgendwie man hat ja so das Gefühl, als ob der monatelang nur telefoniert hätte und dann, aber das stimmt ja gar nicht. Also zumindest im Film war es nicht so, vielleicht war es in der Realität so. Wie war denn so deine Erwartungshaltung? Ja, also wir sind ja, als wir im Kino, ich habe den irgendwie gar nicht auf dem Schirm gehabt, ich wusste auch gar nicht, dass der den großen Preis der Jury bekommt, also Jury, Jury, nicht Jury. 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 Jury, wir wissen, wo dein Aventur steht. Oh Mann. In Cannes bekommen, das ist irgendwie voll an mir vorbei, ich weiß auch nicht. Oder ich habe es mal gelesen und dann ist es wieder in die Abgründe meines Hirns verschwunden. Aber es liegt hauptsächlich daran, dass wir ja auch Cannes jetzt nicht so stark verfolgen. Nee, auch gar nicht, also ich lese schon auch immer wieder die Berichterstattung, also, aber das ist so in der Tagespresse, so. Na, auf jeden Fall. Und dann sind wir doch im Kino an diesem Aufsteller vorbei und dann haben wir gedacht so, oh mein Gott, also wir sind eigentlich eher wegen, nicht mal wegen der Geschichte, nicht mal wegen dem Namen, sondern einfach, weil Adam Driver da auf dem Bild abgelichtet war. Und ja, das klingt ja eigentlich ganz cool. So, und dann ging es jetzt auch schon los mit der, ja, Marketingbeschallung auf Instagram. Die war wirklich massiv, weil wirklich jeder, der jetzt in meiner Timeline von den Hollywoodgrößen oder Sternchen oder halt von diesem Film erzählt haben und so, ja, man muss den unbedingt sehen und der ist so toll. Und dann gibt es natürlich auch nochmal diese, diese Trailer, wo da halt eingespielt werden. So, und dann war natürlich so die Erwartungshaltung, die war schon auch da und, ja, man hat sich schon auch drauf gefreut. Und, ja, genau, so, jetzt war ich wieder sehr ausführlich. Nee, passt schon, ich will das ja auch ausführlich von dir hören. Also ich habe, ehrlich gesagt, bin ich selten so unvoreingenommen in einen Film gegangen wie diesmal. Wolltest du auch gar nichts sehen, gell? Nee, ich wollte auch gar nichts sehen. Ich habe das Plakat. Du hast doch während des Films die ganze Zeit die Augen sogar halten. Ja, am Anfang ein bisschen. Ja, war etwas Trüge. Ich habe tatsächlich keinen Trailer geguckt und wenn, dann kann ich mich nicht mehr daran erinnern. Und ich habe halt das Plakat gesehen, das sah recht witzig aus. Ich wusste in groben Zügen, um was es geht, nämlich um einen Schwarzen, der sich in den Ku Klux Klan einschleust. Und das war es eigentlich. Und ich wusste, dass der halt auch im Vorfeld durchaus, also der Buzz, wie man so schön sagt, der durchs Internet geht, der war durchaus positiv. Auch wenn man sich eben so die Wertungen auf Metascore und auf Rotten Tomatoes anguckt, ist das echt im hohen, kurz vor, also so zwischen 80 und 90 Prozent. Also das ist schon, allein die Wertungen lassen, da so ein bisschen aufhorchen und sagen, naja, ich weiß jetzt zwar nicht viel über den Film, aber so schlecht kann der sicher nicht werden. Und um mein Fazit jetzt mal kurz vorwegzunehmen, so schlecht ist er auch gar nicht geworden. Ja, da könnt ihr jetzt sowieso, weshalb, warum könnt ihr jetzt gleich hören. Ich glaube, wenn man es auf den Punkt bringen will, ist, und ich spreche glaube ich auch für dich, wir haben so unser Problem mit der Regie von Spike Lee. Also in Bezug auf diesen Film auf jeden Fall. Also das ist nicht, das hat jetzt nichts mit der Thematik zu tun. Nein. Oder vielleicht den Darstellern oder einzelnen Szenen und Dialogen eigentlich gar nicht, sondern es ist eher so, wir haben es gestern schon kurz mal diskutiert, dieses Problem, das der Film hat, aus meiner Sicht ist, dass er nicht so richtig weiß, was er will. Ja, so den Eindruck hatte ich ja auch, ja. Ja, also ich weiß noch, also mir wurde, also von den Trailern dachte ich eigentlich immer so, ja, es steht ja auch drin bei IMDb, also Biografie, Komödie, Drama, also so. Und dann denkst du, ja bei Komödie, okay. Und ich hatte auch von der Aufmachung her, wie er jetzt in Instagram, also zum Beispiel, promotet worden ist, schon auch das Gefühl, das ist auf jeden Fall eine Komödie. Ja, und dann sitzt du dann halt da drin und dann fangen halt, es gab tatsächlich auch welche, die haben gelacht. Aber wie? Aber wie? Und an welchen Stellen. Ja, furchtbar. Und dann dachte ich so, okay, also es ist doch eine Komödie, aber wieso lache ich denn nicht? Also dann, also der ist, also das Komödiantische ist völlig an mir vorbei und ja, ich weiß auch nicht. Und dann, die Geschichte an sich ist ja schon sehr, wirklich unglaublich, aber wie es halt einem schon so verkauft wird, dieser Shit ist wirklich passiert. Und das ging, also wo ich den Satz gelesen habe und der kommt halt auch gleich am Anfang des Films, dachte ich schon so, äh, nee, oder? Willst du jetzt so cool sein? Also wenn ein Film cool sein will, dann, also ich habe, glaube ich, genug Quentin Tarantino-Filme gesehen, wo ja auch die ganze Zeit diese Coolness so im Raum dir ins Gesicht springt, förmlich. Und ich bin da echt müde von sowas und das war schon so, äh, nee, oder? Und oh mein Gott, ich weiß nicht, das war, ich fand es nicht cool. Und, ähm, ja, und die Geschichte ist halt, ja, natürlich ist die unglaublich, aber, aber er ist nicht lustig. Also ich fand die null lustig. Das ist so, wie du schon sagtest, er ist irgendwie als, als, als Komödie, Drama, Thriller, ähm, kategorisiert. Und der ist nicht, war nicht, war wieder nicht dramatisch. Genau, er ist nichts von beiden, er ist nicht lustig, er ist zwar lustig hin und wieder, aber er ist nicht lustig genug für eine Komödie. Er ist dramatisch hin und wieder, aber er ist nicht dramatisch genug für einen Drama. Er ist, äh, spannend an manchen Stellen, aber dann nicht spannend genug für einen Thriller. Ähm, es kommt Action vor, aber es ist kein Actionfilm. Und so dieses Gefühl. Und so wabert das Ganze. Ja, aber dieses Gefühl, es zieht sich jetzt nicht nur, ähm, also, wie soll ich jetzt sagen, äh, die Elemente, die einzelnen Elemente ergeben jetzt kein, kein Genre. Das ist jetzt dem Film eigentlich, das, das wäre mir noch relativ egal, sondern auch der Regisseur, Spike Lee, setzt halt so Stilmittel ein, die an manchen Stellen total, also aus meiner Sicht total deplatziert wirken. Mmh, mmh, mmh. Ich sage, okay, was hat das jetzt, ähm, in einem Drama verloren? Ja. Und, ähm, ich würde schon sagen, wenn, wenn dieser Film in irgendeine Richtung tendiert, aus meiner Sicht, dann ist es Drama. Ja. Weil mir mehr als einmal das Lachen im Hals steckend geblieben ist. Ja, das ist richtig so, ähm. Mit leichten Bögegeräuschen so. Ja. So, da kam so das Bröckelchen. Ja, das ist, wo halt auch andere, andere gelacht haben und wir können ja im, im, im Spoiler-Teil nochmal drüber über sprechen, welche Szenen das im, im Einzelnen sind. Ich sage es jetzt mal so, ähm, mir persönlich war jetzt so die Geschichte des Kuckucks-Clan nicht so bewusst. Also ich weiß, was das Szenen gab, ich, oder immer noch gibt, ich weiß, äh, was das für Leute sind, welche, welche Absichten dahinter stehen. Ich habe tatsächlich ein bisschen was gelernt. Und zwar auf die harte Tour. Das ist dann eher so, oh mein Gott, was sind das für Leute, ähm. Ja, aber wenn ich es jetzt richtig, ich habe mich mal eingelesen bei Wikipedia, aber ich meine, das habe ich jetzt, ich habe jetzt nichts dazu rausgeschrieben. Ich habe nur überlegt, ob ich das machen soll. Aber ich will auch diesen Rassisten jetzt auch keine Riesenplattform geben. Letztendlich ist es so, der Kuckucks-Clan wurde halt, ähm, im 19. Jahrhundert halt gegründet. Und, ähm, im Prinzip ist es offiziell, ist er verboten. Es wird auch von einzelnen, ähm, Gerichten, ähm, auch immer wieder, es wird genug getan, dass er halt keine Plattform bekommt. Und letztendlich, ähm, nennen die sich jetzt halt auch offiziell nicht mehr Kuckucks-Clan. Es sind halt, die sind jetzt halt Nazis. Es ist jetzt halt der Rechte, die, die Rechten halt, ähm, in Amerika. Und, ähm, deswegen hat er jetzt auch in dem Sinne keine Bedeutung mehr. Dieser, ähm, ja, wie heißt er, dieser David Duke, den gibt es tatsächlich immer noch. Und da sieht man dann auch am Ende des Films Realaufnahmen von ihm. Und das macht das Ganze halt, äh, auch nochmal umso furchtbarer. Also, ich fand ja, ich fand ja, das Ende des Films war mit das stärkste Element des Films. Ja. Ich weiß nicht, ob wir jetzt im spoilerfreien Teil darüber reden sollen, was da genau passiert. Nein, nein. Weil, ähm, das, das war für mich, das kam für mich total unerwartet. Das wusste ich halt, weil ich hab dann halt doch, ähm, ich kann es halt einfach nicht lassen, wenn halt irgendwie, wenn ich irgendwo die Gelegenheit hab, eine Kritik, ausführliche Kritik zu dem Film, wo wir halt sehen wollen oder auch nicht sehen wollen, ich lese die halt einfach. Und da war ich schon auch drauf vorbereitet, dass halt, äh, dieses Ende dann halt auch kommt. Aber natürlich trifft einen das sehr, sehr hart ins Gesicht und ins Gewissen und in alles, was eigentlich irgendwie ein, äh, einen lebenden Menschen ausmacht. Und, ähm, das ist schon sehr hart. Und, ja, da können wir, wie gesagt, später nochmal drüber reden. Ja, wie gesagt, das ist so, das ist so ein Film, der, also ich hatte zum Beispiel am Anfang so Probleme. Ich finde, der kommt ziemlich schwer in die Gänge. Also, bis es denn mal zu diesem Besagten, ähm, ich rufe jetzt mal beim Ku Klux Klan an, ähm, kommt, ist es, ist es zäh? Ja, aber vor allem halt, ähm, der Film schafft es halt nicht, diese Hauptfigur einem irgendwie, ähm, sympathisch zu machen oder so ein bisschen auch seinen Background zu erzählen oder, ja, er bleibt halt die ganze Zeit einfach blass. Und wenn es dann soweit ist, dass der Film halt in die Gänge kommt, so wie du sagst, und halt dann der Ku Klux Klan auf den Plan tritt, ähm, dann ist es fast schon wieder zu schnell. Also, wo du dann denkst so, okay, ein, zwei Telefonate, zack, ist er drin. Und dann denke ich mir so, äh, also irgendwie. Ja, aber das stimmt, jetzt wo du sagst, ähm, also ab dem Moment kommen nämlich auch die Nebenfiguren ins Spiel. Und die werten, finde ich, also im Speziellen Adam Driver und auch sein Kollege da, werten die, ähm, also die Figuren werten das Ganze so auf und dann, äh, weil er tatsächlich, ähm, man sieht kein, es ist keinerlei, äh, Andeutung da, wie er lebt, wer er ist, wo er herkommt, was hat er für ein Background. Ich meine, er erzählt zwar, sein Vater war beim Militär irgendwie, glaube ich, kommt mal vor und, äh, er ist gut erzogen worden, irgendwie ist beim Interview am Anfang, aber, äh, was er jetzt für einen konkreten, äh, Hintergrund hat, erfährt man nicht und dadurch bleibt er, äh, die Figur so blass, dass du mit dem jetzt überhaupt keinerlei, äh, Identifikationsfläche hast, null. Also ich, ich, ja, ich fand da, wie gesagt, Adam Driver, der hat ihm so ein bisschen die, also schauspielerisch sowieso, obwohl er auch unterfordert war, ähm, aber der hat ihm so ein bisschen die Show gestohlen. Ja, absolut, vor allem halt, ja, also es tut mir ja leid, ähm, also die Schauspielgene hat er eindeutig nicht geerbt. Von, von deinem Vater. Und vielleicht hätte er einfach beim Football bleiben sollen oder weiß ich nicht, ähm, aber das, was der da halt, äh, einem da verkauft als Schauspielkunst, das ist halt schon eine Frechheit irgendwie und ich meine, das ist halt schon, Ich meine, ich finde es vor allem auch lustig, normalerweise, wenn halt, ähm, der hat ja die ganze Zeit so ein Duckface gemacht, oder? Der hat die ganze Zeit immer so einen Schmollmund gezogen und so ist er durch, durch die Kulissen gestiefelt und, ähm, in seinem Court-Outfit, ähm, das Outfit ist cool und alles, aber nein, der kann nicht schauspielern und, ähm, ich habe auch irgendwie immer nur einen Gesichtsausdruck, das ist, ja, ich glaube, relativ am Anfang, da guckt er dann irgendwie so nach oben und tut so sein Afro irgendwie richten und das Gesicht bleibt den ganzen Film über so. Genau. Und dann kommt noch ab und zu mal der Schmollmund dazu oder nicht, aber ansonsten, ähm, ist das eine leere Leinwand, die irgendwie nicht gefüllt wird mit Emotionen, also, sorry. Aber, wie gesagt, das ist jetzt, er tut jetzt, er tut jetzt dem Film nicht weh im Sinne von, dass er jetzt irgendwie vollkommen maßloses Overacting oder sowas betreiben würde, nee, er tut, er ist halt einfach unscheinbar. Das wäre dann vielleicht lustig geworden. Er ist halt einfach unscheinbar. Ja. Und, ähm, ja, dann kommt eben dazu, dass diese Regie eben so sprunghaft ist, dass, wie ich schon sagte, dass halt manche Einstellungen irgendwie so deplatziert wirken, auch der Einsatz von Musik manchmal ein bisschen strange ist. Die war so vordergründig. Ja, und, und halt auch so, okay, das ist jetzt eine dramatische Szene und es spielt halt irgendeinen Funk-Soul-Titel. Also, das, das wiederum zieht sich relativ durch, also, da ist er dem, da ist er dem treu geblieben. Aber, wie gesagt, gerade was seine, die Wahl seiner Stilmittel betrifft, jetzt optisch gesehen, fand ich den auch so sprunghaft. Ich sage, okay, ähm, ob halt jemand eine coole Idee hat, die er unbedingt in den Film einbauen will, ob das jetzt passt oder nicht, er kann das machen, also macht das. Ja. Und das tut dem Film aber nicht gut, weil ich finde dem eigentlich eine durchgängigere Regie einfach wirklich so eine gewisse, ja, so eine gewisse Ruhe verliehen hätte. Ich glaube, es gab eine Szene, die können wir im Spoiler-Teil besprechen, die mustergültig ist, wir haben gestern schon drüber gesprochen, zum Ende hin für das, was mich an dem Film stört oder an der Regie stört, so muss ich sagen, ja. Ja, das, also, ich habe mehr Probleme mit der Regie als mit allem anderen und ansonsten, wie ist so dein Spoiler-freies Fazit? Wem würdest du diesem Film empfehlen? Eigentlich jedem? Eigentlich, ne. Ja, von der Story her, eigentlich erstmal jedem? Ja, wie es halt das Spiegel-Magazin schon so treffend gesagt hat, also diesen Film werden sich die Leute angucken, die ihn eigentlich nicht angucken brauchen. Und zwar sind es die weiße, liberale, aufgeklärte Mittelschicht, also so der Bildungsbürger. Vielleicht noch die Elite, aber die, wo es eigentlich betrifft, werden sie den Film nicht anschauen. Der Rest lacht an den falschen Stellen. Ja, da sind vielleicht echt dann so ein paar dann tatsächlich also reingewandert, wo vielleicht den Film hätten sie sich anschauen sollen und die lachen dann halt auch noch an der falschen Stelle. Ja, also, ich weiß jetzt halt auch nicht, wie kein so schlecht mein Publikum will beleidigen und sagen so, ja, ihr doofen Nazis, guckt euch den Film an. Also, das ist echt scheiße. Ja, das ist aber wie mit allem, das ist ja so wie, keine Ahnung, eine Doku über den Klimawandel oder eine Doku über Tier-Tier-Misshandlung oder sowas, gucken sich ja meistens die Leute an, die schon wissen und nicht die, die es eigentlich angucken sollen. Und so ist es ja mit dem Film ähnlich. Ja, das ist, ja, genau, so ist es. Deswegen, ich habe Schwierigkeiten, diesen Film wirklich zu empfehlen. Also, wenn ihr Bock drauf habt, schaut ihn an, wenn nicht, dann schaut ihn halt nicht an. So, das ist voll scheiße. Ja, ich finde halt, dass man trennen muss zwischen, also ich habe ein Problem mit der Regie, ich finde aber die Botschaft des Films richtig und wichtig. Ich finde, dass er ein sehr, sehr starkes, also zum Ende hin einen sehr, sehr starken Akzent setzt, der bei mir persönlich lange nachhalt. Und der für mich persönlich den ganzen Film nochmal deutlich aufgewertet hat in dem, was er tut, dem, was er beabsichtigt. Ja, man kann ja im Prinzip so einen Kompromiss haben, so, okay, kauft euch ein Ticket, geht am Anfang die erste halbe Stunde, guckt euch die an, dann geht er nochmal raus, ihr könnt ja nochmal ein Eis holen oder nochmal eine Rauchung gehen oder so. Und dann die letzte Stunde guckt euch dann nochmal an. Also, ja, weil er hat halt wirklich einen Leerlauf, den muss man nicht gesehen haben. Aber die letzten paar Minuten, die muss man gesehen haben. Ja, aber die finde ich gerade halt im Kontext des Vorangegangenen wirken die nochmal, weil dich der Film so ein bisschen einlullt, also mich halt also eingelullt halt in so, eben weil er eben so träge, so inkonsistent ist und nicht perfekt und dann klingen ja immer schon so Töne an, auf aktuelle Begebenheiten und Ereignisse und man merkt schon, was er tun will, ja. Und dann packt er halt am Ende nochmal den Holzhammer aus und für mich persönlich hat es beeindruckt. Ja, klar. Ja, hast schon recht. Ja, der Holzhammer, immer muss der Holzhammer sein. Andere mögen sich vielleicht daran stören, dass es dann so offensichtlich, also dass es halt nicht bei einer subtilen Andeutung bleibt, sondern tatsächlich so offensichtlich wird. Ja, aber es bringt ja auch nichts. Ich meine, du brauchst ja den Holzhammer, weil sonst änderst du den. Ja, aber eben gerade für Leute. Für uns ja genauso. Wir haben ihn auch gebraucht. Ja, genau. Dann würde ich sagen, machen wir mal unseren Spoiler-Alarm. Ja. Jetzt können wir ja gleich mal über das Ende sprechen, weil sonst drücken wir noch mal rum. Am Ende sieht man ja quasi eine Montage von Realaufnahmen bezüglich des Ereignisses in Charlotteville. In Charlotteville. Das jetzt im Übrigen ja auch ein Jahr Jubiläum hatte. Jubiläum? Sagt man das so? Nein, eigentlich nicht. Was sagt man dann? Jahrestag. Oder so, ja. Entschuldigung. Das tut mir leid. Jahrestag. Genau. Also vor allem, ja. Das war ja Mitte August letzten Jahres, ist das passiert. Genau. Da ist ja diese Demo gewesen. Und da sind dann die ganzen Nazis aufgetaucht und haben da eine friedliche Demo gestört. Tote. Eine Tote. Es gab eine Tote, der im Bild sieht man dann auch und es ist halt einer mit einem Auto in die Menge reingefahren und das sieht man halt auch. Also man sieht halt alles und ja, das halt ganz schön nach und das ist nicht schön. Ja, weil man muss, also vielleicht um das jetzt in Relation zu setzen zum Film, also der Film endet ja auch schon auf, wie soll ich sagen, also der Cop oder der, wie heißt er, du kannst den Namen so gut merken. Ron Stallworth löst den Fall ja, also er verhindert ja einen Anschlag im Prinzip erfolgreich auf seine Love Interest oder generell halt auf diese schwarze Gemeinschaft und dann trotzdem merkt man halt, ihm wird der Fall wieder weggenommen oder er darf nicht weitermachen und am Ende sieht man halt wieder den um ein brennendes Kreuz versammelten Ku Klux Klan. Und das alleine wäre schon so ein Ende gewesen, wo ich mit dem Ende gerechnet hätte, also okay, ja, ist nicht vorbei, der Kampf. Und dann kommt dieser Schnitt, dieser Harte zu den Realfilmaufnahmen von Charlotte Will, zu Interviewfetzen mit Donald Trump, zu Interviewfetzen mit diesem David Duke und das, ich hatte permanent Gänsehaut. Weil das rückt diesen ganzen Film halt so in ein ganz anderes Licht oder in Relation zu den aktuellen Ereignissen, wirkt das einfach nochmal komplett anders nach. Ja, ich meine, bei mir hat das halt einfach nochmal so die Krone aufgesetzt, weil ab der Hälfte des Films fühlst du dich eigentlich nur noch wie, also auch wenn du nicht so tickst, aber du bist halt einfach, du gehörst halt dazu. Du gehörst zur weißen Rasse mit dazu und die hat halt ganz schön viel am, ja, die hat halt ziemlich viel Scheiße gebaut, um es mal so zu sagen und das ist noch harmlos genannt. Und ja, du schämst dich halt auch für das, wozu du halt dazugehörst. Also auch wenn du nicht so tickst, aber du schämst dich halt und irgendwie, ja, und auch dieser Abscheu, dieser Ekel, wo halt dann auch hochkommt. Weil das ist halt einfach diese, man sieht ja dann auch so eine Versammlung von den Kuckucksklan-Männern, wie sie sich dann und ihren Frauen, wie sie sich dann so alle feiern und dann schauen sie sich halt auch diesen Film an, The Birth of a Nation und feiern den halt auch ab, weil das ist halt im Prinzip, beruht dieser Film ja auf einem Buch, The Clansman. Und das ist halt der Kuckucksklan-Film schlechthin und Birth of a Nation, den ich nicht kannte. Also ich kannte ihn schon, ich kannte auch Ausschnitte, aber ich habe den nicht gesehen, also im Ganzen. Also der ist ja auch sehr, sehr alt, also das ist ja auch noch ein Stummfilm und ja, und da kommt halt, da geht es dann halt so langsam los, dass das Ganze halt nur noch eklig wird. Also weil, das ist halt einfach furchtbar. Und dann kommen halt zum Schluss diese Bilder von Charlottetville und dann halt dieser Trump, dieses dumme, 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 dumme Arschloch. Ja. Wie er dann halt, ja, aber es sind auch gute Leute dort gewesen, es gibt quasi auch gute Nazis und du denkst so, fuck you, fuck you, fuck you und ja und also du kommst da auf jeden Fall, aber der ganze Saal war halt auch so, du merkst halt einfach die Leute, die sind jetzt halt alle so, weil der Holzhammer halt sie halt einfach niederstreckt, aber jeden da drin und da ist halt nix mit übers Blumenfeld raushüpfen, wenn du aus dem Film rauskommst. Und ja, deswegen halt auch so, das saßen vielleicht auch wirklich dann die falschen Leute halt auch drin, weil im Prinzip, wenn du das halt, oder ich weiß nicht, wie das bei so rechten gefärbten, braun gefärbten Menschen ankommt, wenn du sowas siehst, ob dann wirklich halt ein Umdenken stattfinden würde. Kein Film für das rechte Spektrum, weil die, ja, die Botschaften da nicht rauslesen. Es ist halt auch so, dass ich mich in vielerlei Hinsicht auch an unser, auch an gesellschaftliche Entwicklungen hier in Deutschland auch erinnert gefühlt habe. Wo ich sage, okay, dieser latente Rassismus, wie er da von den Mitgliedern des Ku Klux Klan zur Schau gestellt wird, das ist so weit weg nicht von dem, was wir halt aktuell erleben, im Punkto Flüchtende und bei uns Asylsuchenden. Das ist nicht so weit weg. Unangenehm bekannt vor, obwohl das halt, was weiß ich, 40 Jahre zurückliegt oder 70er Jahre, ja doch, 40 Jahre zurückliegt. Und es hat halt von der Aktualität nichts geändert. Es hat sich nichts geändert und das ist halt so traurig. Ja, und das ist das, was mich dann so krass getroffen hat, weil, ich sage, die letzten paar Minuten einfach das nochmal so richtig in die Fresse, pass mal auf, Junge, 40 Jahre später kein Deut besser. Ja. Und das, der ist vielleicht nicht mehr so offen, der Rassismus, ja, aber er bahnt sich wieder seinen Weg an die Öffentlichkeit. Vor allem er ist salonfähig. Und das darf doch gar nicht sein. Ja, ich meine, allein schon, wenn ich halt jetzt, wenn jetzt, jetzt ist ja wieder Landtagswahl in Bayern und dann die CSU ist ja jetzt auch wieder allgegenwärtig mit ihren Schildern. Und wenn dann halt so ein Söder mit Grenz, also das massive große Wort auf diesem Wahlplakat ist Grenzpolizei und dann irgendwas mit Sicherheit. Also das andere ist halt, kannst du nicht richtig lesen, wenn du vorbeifallst, sonst müsste ich halt einen Unfall bauen. Ja, und das ist halt auch wieder so mit diesen Ängsten und es ist ja diese Angst, wo dann halt immer wieder geschürt wird, auch damals letztendlich, dass die Schwarzen dann halt die Frauen vergewaltigen. Und im Prinzip, das ist furchtbar. Und das war ja dann auch, eine Schlüsselszene war ja dann auch der Harry Belafonte, der dann auch eine Gastrolle hat und quasi von einem, eine Geschichte halt erzählt vor den ganzen jungen Schwarzen und von dieser Studentenbewegung, die da halt sich versammelt. Genau, und da wird halt diese Geschichte erzählt von einem, ja so ein bisschen Zurückgebliebenen, der halt im Prinzip wahrscheinlich, nicht wahrscheinlich, er hat nichts getan. Und da wird dann halt, wird dann in aller Ausführlichkeit, wird dann halt erzählt, wie dann mit diesem Menschen auch umgegangen wird. Und wir dann von diesem, der wurde öffentlich hingerichtet und von diesem Verbrechen sind dann Postkarten entstanden. Und ja, und ich glaube, das ist dann der Moment, wo du dich wirklich für deine eigene Rasse schämst. Also wirklich und wo halt wirklich, also mir kam dann, als Weißer, mir kam die Galle dann, also wirklich sprichwörtlich hoch. Also, und das ist halt, und das ist halt, ich finde es halt furchtbar. Und das ist, man kann natürlich dann auch mal sagen, ja, ich bin das nicht. Aber letztendlich sind, wir gehören halt da dazu. Das ist, du kannst nicht immer sagen so, ja, aber ich mache doch gar nichts, aber ja, du bist die schweigende Masse. Und das war übrigens auch einer der stärksten, oder für mich auch stärksten Momente im Film, war diese Montage, dieses Hin und Her zwischen dem, auf der einen Seite dieser Versammlung der Schwarzen, wo er seine Geschichte erzählt, auf der anderen Seite die Rede vom David Duke vor seinem versammelten Glanzanhängern. Und die Rede vom David Duke endet ja mit den Worten America first. Ja, genau. Und das war so der erste Moment, wo mir die Gänsehaut lief erst mal. Und dann auch so diese Kamerafahrt über die Gesichter der bediensteten Weißen und dann zu den Schwarzen. Und die Bemerkung dann von dem Letzten, wenn er gewusst hätte, dass das ohne Veranstaltung ist, hätte er den Job nicht. Ja, genau. Das war für mich eine der besten Szenen im Film. Und ja, da hast du vollkommen recht. Also das ist schon so, boah, wenn der die Geschichte erzählt, die mir nicht bekannt war, von diesem zurückgebliebenen jungen Schwarzen, der öffentlich verbrannt wird. Da gibt es wahrscheinlich so viele Geschichten. Ja, das glaube ich auch. Und das führt mir halt wieder mal vor Augen, wie wenig ich eigentlich weiß über diese schmerzhafte Geschichte der Afroamerikaner. Und das, wir haben ja schon festgestellt, dass das uns bei manchen Filmen halt, also wie jetzt auch jüngst bei Black Panther, glaube ich manchmal so ein bisschen der Hintergrund fehlt, auch so der aktuelle gesellschaftliche Kontext, wie es den Schwarzen in Amerika denn aktuell überhaupt geht. Man hat ja immer so das Gefühl, ja, doch, Amerika ist doch jetzt ganz liberal und so, ne? Und ja, wir werden immer noch Schwarze erschossen, aber das ist alles so weit weg. Und irgendwie habe ich schon immer so den Eindruck, dass uns da der Einblick halt so fehlt, um auch solche Dinge besser einordnen zu können, solche Filme auch einordnen zu können. Und das hat mir jetzt Black Clansman wieder mal so vor Augen geführt, wie wenig ich eigentlich über dieses immer noch, also klar, die Geschichte der Sklaverei, glaube ich, die ist schon auch in Hollywood schon sehr oft auch verarbeitet worden und hat auch schon sehr viel gesehen, 12 Years a Slave war so das letzte Beispiel. Aber was so, ne, die Geschichte des alltäglichen Rassismus oder auch die Geschichte des Ku Klux Klans, ja, wenn man das mal wieder so vor Augen gehalten bekommt, ist es schon nachhaltig verstörend. Ja, auf jeden Fall. Wie die weiße Herrenrasse da agiert, also das ist ekelhaft, das ist abstoßend. Und du hast es schon gesagt, man schämt sich, in solchen Momenten weiß zu sein. Ja, es ist so, also ich habe mich geschämt. Und das ist, ich meine, man muss ja, das Traurige ist ja, in der aktuellen Debatte oder aktuelle Zeit muss man ja nicht mal nach Amerika schauen. Also was jetzt gerade hier in Europa halt los ist, da kann man sich ja auch nur noch schämen, dass es halt völlig egal ist, dass Menschen im Mittelmeer halt ertrinken. Und halt auch die ganzen Staaten, die halt nichts dagegen tun oder es halt einfach runtergespielt wird und im Prinzip jetzt gerade auch nur, vor allem voran von der CSU, auch nur Wahlkampf betrieben wird und das halt über Leichen und das geht halt wirklich, sprich wirklich über Leichen. Und wo ich mich einfach frage, so warum haben die, warum schimpfen die sich hier christlich? Und mein Plädoyer an dieser Stelle ist halt nur, bitte tut mir einen Gefallen und wählt weder die CSU noch die AfD. Auch wenn ihr vielleicht nicht so eingestellt seid und ihr sagt so, ja mit den Grünen kann ich auch nichts anfangen, mit den Linken, mit der SPD. Aber bitte, bitte gebt diesen Menschen einfach kein Forum. Weil auch eine CSU, die sich wirklich gerne am rechten Rand der Gesellschaft zieht, allein dafür gehört sie schon abgestraft. Weil es darf einfach in der heutigen Zeit, ich meine, wie viele Kriege müssen wir dann eigentlich noch über diese Welt ergehen lassen? Und es muss einfach mal ein Ende haben, dass dieses rechte Gedankengut und auch diese Angst in den Menschen weiter geschützt wird. Das gehört einfach, es gehört einfach abgeschafft, weil wir müssen vor nichts Angst haben. Ja. Wirklich. Ja. Nur, dass dieser Planet halt, den wir gerade zugrunde richten, dafür müssen wir Angst haben, aber nicht vor anderen Menschen. Und das wäre jetzt mein Plädoyer an der Seite. Ja, finde ich ein gutes, ein gutes Schlusswort. Also gerade in diesem politischen, aktuellen politischen Umfeld ist es wichtiger, denn je Mensch zu sein, sich auf das Menschliche in uns zu besinnen und nicht auf das meins und deins und wir sind besser. Also das ist ekelhaft. Das ist absolut ekelhaft. Insofern hat uns der Film ja doch einiges an Denkanstößen wieder geliefert. Ja, also ich mag ihn, also was heißt mögen ist jetzt, ich erkenne an, was er gut. Ja, absolut. Und auch was er mit uns jetzt wieder gemacht hat, mal wieder so einen Diskussionsimpuls zu geben. Ob einem das filmische Resultat gefällt, sei jetzt mal dahingestellt, mir oder uns jetzt nicht so arg, aber die Botschaft ist ungebrochen wichtig. Ja, die ist wichtig. Und ja, wenn es einen Holzhammer braucht, dann braucht es halt mal wieder einen Holzhammer, was vermutlich auch der Grund ist für die Resonanz. Kann ich mir vorstellen, für die positive Resonanz. Ja, ich meine, letztendlich ist ja dann egal, wie ein Film gemacht worden ist oder ob wir jetzt vom künstlerischen Aspekt her was damit anfangen können, das ist ja dann auch völlig wurscht. Ich meine, letztendlich der Film hat seine Daseinsberechtigung. Auch wenn wir offensichtlich solche Filme nicht brauchen, letztendlich brauchen wir sie dann doch, um einfach, es ist halt einfach so, weil wie schnell ist es halt auch immer im Alltag einfach auch vergessen. Und auch gerade, wie schnell ist auch Menschlichkeit vergessen. Und auch das sieht man auch in der aktuellen politischen Lage, dass das ja völlig egal ist. Da geht es nur um Zahlen. Da geht es ja nur um Zahlen, um Wahlkämpfe, um Wähler, um was weiß ich was, aber es ist einfach nur ekelhaft. Und ja, da muss man sich einfach quer durch die Bank nur schämen. So ist es. Ja. Ja, äh, ja. Dann würde ich sagen... Schwieriges Thema. Können wir einen Haken setzen hinter Black Clansmen? Ja. Ich weiß nicht, ob wir den nochmal gucken werden. Vielleicht, aber nicht in... Das ist jetzt keiner, den ich ad hoc, wo ich es kaum erwarten kann, ihn nochmal zu sehen. Sagen wir es mal so, ja. Was werden wir uns denn als nächstes... Ja, als nächstes, das war, habe ich ja letztes Mal schon so bemängelt, dass so viele Filme rauskommen, die mich null interessieren. Also wird es dann erst Mitte September der Predator-Upgrade. Wobei, jetzt warten wir... Ja, doch. Schon, oder? Ja, vorher kommt nichts. Das heißt, wir werden voraussichtlich, so war jetzt zumindest unser Plan, aber versprechen tun wir wir immer nichts, voraussichtlich mal endlich wieder eine Serienfolge aufnehmen. Ja. Ich bin da noch am Überlegen, wir haben jetzt noch nicht drüber gesprochen, aber ich bin da noch am Überlegen, welches Konzept wir da machen, weil ich glaube, dass es keinen Sinn macht, alle Serien durchzuackern, die wir in den letzten Dreivierteljahr gesehen haben, sondern dass wir uns da irgendwie auf so eine allseits beliebte Top-Liste beschränken, wo sich dann halt jeder seine fünf Highlights irgendwie raussucht, weil sonst können wir dann eine abend- und tagesfüllende Episode machen. Ja, absolut. Vor allem halt, es gibt halt Serien, die guckst zum Beispiel auch du nicht und ich dann schon und dann, genau. Vielleicht gibt es ja, vielleicht machen wir mal so unabhängig voneinander so eine Top-Liste, wird Überschneidungen geben, schätze ich, da können wir dann drüber sprechen. Da muss ich erstmal auch einen Tag drüber nachdenken, was wir denn jetzt alles wieder gesehen haben die letzten Monate. Ja, siehst du, da brauchst du da so ein Tracking-Tool wie… Hab ich ja. Ja, dann kannst du ja nachgucken, was du da hast. Ich weiß, aber das ist trotzdem… Puh. Naja. Puh, puh. Gut, dann, ja, würde ich sagen, geben wir das Wort an euch, ja, weil wir freuen uns, wie immer, über jede Art von verbaler oder finanzieller Zuwendung. Wer uns unterstützen oder einfach nur Rückmeldung geben möchte, der kann… Seinen Freunden von uns anziehen. Wir haben hier kein Blatt liegen, das, worüber wir ablesen. Nein, nein. Nein, nein. Er kann uns auf Twitter, Facebook oder YouTube folgen. Diese oder jede andere Episode kommentieren. Uns eine Nachricht schicken. Uns beeinflussen bewerten. Uns bei panoptikum.io empfehlen. Über unser Partnerprogramm bei Amazon.de einkaufen. Oder uns eine Sache oder Geldspende zukommen lassen. Die Links dazu findet ihr wie immer in den Shownotes dieser und aller anderen Episoden im Podcast Client eures Client eures Vertrauens und natürlich auf kat.exclamatio.de. Also jetzt sind wir unter einer Stunde, sehe ich das richtig? Ja. Naja, okay. Die erste Folge seit langem. Die kürzeste Folge seit langem, oder? Seit langem. Ja, stimmt. Stimmt, ja. Macht nichts. Darf auch mal sein. Könnt ihr euch früher wieder etwas anderem widmen? Genau. Wir sagen ebenfalls vielen, vielen Dank fürs Zuhören, wie immer. Und wir freuen uns aufs nächste Mal. Vielleicht seid ihr wieder mit dabei. Macht's gut. Bis dann. Bis bald. Tschüss. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.